Jetzt machen wir mal einen Kaffee. Es geht los. Ja, guten Morgen. Heute war die Nacht noch der ganzen Aufbau-Challenge. Ich habe heute im Auto geschlafen. Jetzt machen wir mal einen Kaffee, dass der Tag mal so richtig starten kann und was zum Frühstücken. Und dann sehen wir, ob mein Plan für heute aufgeht. Weil selbst da hat es keinen Schnee. Irgendwie verfolgt man das Pech, glaube ich. Kontrolle vor dem Weggehe macht auch noch mal Sinn. Ich kann checken, dass man eh alles drin hat, was man braucht. Ja, da haben wir es eh alles dabei. Ich habe eh schon alles gepackt. Handschuhe sind da. Es geht los. Ja, das ist ja. Musik 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 Da geht es für mich auf das Ziel. Wenn sie mich dann noch gefreut, dann mache ich das Wieserhöhe an der Landau. Das ist der drückende. Dann muss man abfahren. Mit den Fellen füllen wir das nicht. Dann müssen wir wieder auffüllen. Mal schauen. Super, am Raufkel habe ich jetzt nicht so viel gefilmt. Dafür nehme ich jetzt beim runterfahren die ganze Strecken mit. Viel Spaß! Das ist Liebe. Let's grow stronger every day. Das ist Joy. As the days go passing by. Das ist Hope. A better life for you and I. Take our dreams and fly. Together we can try. Das ist Life. Some things in this world were meant to be. Like living life in peace and harmony. Some follow where the road will lead you. Hand in hand we'll make our dreams come true. Enjoy the view. Oh, that's life. Take what comes along the way. That's love. Let it grow stronger every day. There's joy. As the days go passing by. There's hope. A better life for you and I. Take our dreams and fly. Together we can try. That's life. Take what comes along the way. That's love. Let it grow stronger every day. Let it grow stronger every day. Let's join. Let it grow stronger every day. Let the days go passing by. Let's hope. A better life for you and I. We'll take our dreams and fly. Together we can try. That's a life. That's a life. Oh, that's a life. A better life for you and I. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ohne dass man schiebt, komplett ruhig nicht. Kann man den Schuh putzen? Ich habe die Schuh putzen. Ich habe die Schuh putzen. Wow, hier ist ja selbst die Aufstiegsspur. Das nennt man da ein Grass-Ski fahren, oder? Ja, das war jetzt die richtige Blösung. Da oben, mit dem Schirm. Da oben, mit dem Schirm. Ja, das ist ja noch ein Schirm. 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 Das ist ja auch nicht lustig. Sonst war es im Großen und Ganzen eine schöne Anfängerskidour. Also eine ganz gemütliche 700 Höhenmeter. Man geht hauptsächlich eine Rodelstrecke entlang. Also durch den Wald. Das ist voll schön. Geht daher auch sicher länger zum Gehen. Es gibt Leute, die fahren bis zur Marktstraße rauf und gehen dann dort weg. Ja, da hat man sich 250 Kilometer gespart. Also wer ein bisschen aktiver sein will, geht von unten weg. Ja, das Wetter war super schön. Es sind dann doch viele Leute raufgekommen. Wo ich gehört habe, der Berg ist nicht ganz überrend wie das Wieserhörndl. Weil dort waren ziemlich viele Leute. Deswegen war das jetzt eine gemütliche Tour. Hütten habe ich mir auch gespart. Die waren bummvoll. Und jetzt schauen wir mal. Vielleicht fällt mir am Rest Heimweg ja noch irgendwas ein.